So, dann nehmen wir mal Das bei Alu mit Aber noch mal, Kobalt freue ich auch noch, ne? Einfach mal alles Einfach mal alles So, zweimal Superlegierung Tja, noch mal alles Die werde ich natürlich nicht hier drinnen bauen, die werde ich draußen bauen Ich weiß aber noch nicht wo Ich, äh, keine Ahnung Ich, äh, hier Und was machst du jetzt? Ein Traum Und was macht der? Der macht auch Wärme Okay, jeder braucht ein bisschen zum Produzieren Ich hab doch irgendwas freigeschaltet, ne? Bäume Ich hab Bäume Insekten Ich krieg Insekten Wunderbar Ah Ja, es zieht mir aber immer noch Sauerstoff ab Warum? Der Luftdruck steigt und steigt Okay, da kriegt er die Besseren Sehr schön Mh Die Wärme Wärme hab ich fast voll Dann hab ich Brauch ich auf Wärme gar nicht mehr gehen Da hab ich dann Fast alles, was ich brauch Weil noch nicht genug Sauerstoff da ist Das könnte sein Halt die aber vom Gerücht Wo Gras und Bäume sind, da muss auch Sauerstoff werden irgendwo sein Bestimmt Tja, da schlucken wir noch so ein bisschen vor sich hin, ne? Hier mit dem Sauerstoff Das ist so Plopp Methan, 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 Methan Irgendwas wollte ich bauen, für was ich Methan brauchte Ich glaube es war Das da Ich kann es bauen Ich kann es bauen Ähm Wo hab ich es denn hingeschmissen? Oh Mann Oh Mann Oh Mann Meine PD Ordnung ist echt scheiße Da Ähm Ähm So Da Da Dann Aber Wieso kann ich das nicht nehmen? Ach, ich kann nur eins Ach, das ist das Verbesserte davon Dann hätte ich es gar nicht nochmal bauen müssen Egal Jetzt ist es auch wurscht So 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 Ich brauche nochmal Essen Was Ob ich gerade eingesehen habe, dass meine Ordnung scheiße ist Na, äh, hä Hallo? Wer sagt denn sowas? Dann musst du dich aber verhört haben Kann ich mich nicht drin erinnern, sowas gesagt zu haben Ah, da machen wir wieder falsch rum, ne? So Jetzt gucken wir mal Konnten wir da schon was abbauen in dem Ding? Ging's da überhaupt rein? Ja, es ging da rein, okay Gab's hier auch solche Dinger zum Abmontieren Schön wie, schön wie hell es hier drin ist Hier ist Wasser Hier ist Wasser Geheimer war Ich wollte kurz sagen Ein geheimer Ort Aber nein, da war ich schon Da, die Dinger waren das Was kriege ich da raus? Leiterplatten Okay Na, jetzt kannst du behalten Da weiß ich immer noch nichts mit anzufangen Oh, das nehmen wir mit Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit Äh Wir schmeißen Eisen weg Äh, wir schmeißen Eisen weg Und wir schmeißen Eisen weg So So Der Rest ist mir jetzt erstmal egal Gut, jetzt weiß ich wenigstens was ich aus den Dinger rausbekomme Leiterplatten Jetzt weiß ich mit denen allerdings noch nichts anzufangen So weit bin ich noch nicht Warte mal Ich muss mal kurz hier So Sie ist ja gar nichts Jetzt habe ich nochmal den besseren Verstärker Ich denke mal, der wird einfach einen größeren, äh, Ding Radius haben Vermute ich jetzt mal Okay, brauche ich jetzt nicht unbedingt Hm Ansonsten Ich könnte jetzt das Muttergen herstellen Dafür hätte ich jetzt dann alles Was Äh, für was brauchte ich denn nochmal das ganze Muttergen Gehen Ja, das ist jetzt die Idee Klingt aber auch echt gut hier oben Äh Dafür Und das würde den Sauerstoff hochtreiben Sie können den Sauerstoff hochtreiben Pflanzen müsste ich auch hochtreiben Das wäre gar nicht mal schlecht Luftdruck habe ich erst Und Wärme ist komplett unnötig Also Wärme haben wir jetzt dann fast voll Das heißt entweder Den Sauerstoff oder Pflanzen Was dazu führt, dass ich so oder so Superlegierung benötige Und zwar Haufenweise wieder Bedeutet Ich werde mich jetzt mal ein bisschen daran machen Ähm Superlegierung von 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 Hand zu craften So Das bedeutet Ich hole mir jetzt die einzelnen Bestandteile Und mach mal ein bisschen was davon Und dann gucke ich mal Dass ich ein paar Raketen in die Luft baller Und das hier alles ein bisschen zu beschleunigen Davon haben wir dann auch zwei Dann kann ich eigentlich alles mitnehmen sogar Das Alu wächst hier nicht neu, ne? Ne, leider nicht Leider wächst das hier nicht neu Leider wächst das hier nicht neu Inventar voll, okay Inventar voll, okay Ich glaube Titan fehlt mir jetzt noch ein bisschen Aber Titan habe ich auch oben oder auch hier vorne relativ viel liegen So Alu habe ich drei Dann machen wir 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Wo schmeiß ich denn das jetzt alles rein? Wo schmeiß ich denn das jetzt alles rein? Hier Da habe ich noch mehr Alu Da habe ich drei Da habe ich nochmal Titan Nochmal Magnesium Nochmal Eisen Da habe ich noch ein Titan Da habe ich hier noch das Silizium Okay, kann ich auch hier nochmal drei herstellen Oh bla, das wollte ich nicht So Das Magnesium nehmen wir nochmal aus Das Alu Eisen Silizium Titan fehlt, ne Ja Geh mal ein bisschen Titan sammeln Und dann fehlt gleich wieder Alu Dann fehlt gleich wieder das Alu Aber da habe ich schon mal ein paar Ich denke ich schon mal vielleicht zwei, drei Raketen hochschießen Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Eine So, da gucken wir mal. Nahrungstüchter 2, okay. Gucken, was der gleich kann, ob der viel besser ist. Ich bräuchte noch ein Silizium und ein Magnesium. Ein Magnesium und ein Silizium. So, jetzt müssen wir hier nochmal kurz alles durchgucken. So, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein Triebwerk habe ich schon mal. Okay. Dann brauchte ich für die Pflanzenrakete so ein. Dann brauchte ich, glaube ich, so ein Holzding. So eins. Triebwerk drunter und einfach nur das, ne. Und dann kann ich schon die Pflanzenrakete hochschießen. Ne, Dünger fehlt mir noch. Und für das andere bräuchte ich einmal das, die Bakterien-Dings und das Muttergehen. Dünger war... Dünger war... ...und Algen, genau. Alge, Alge, Alge. Eins, zwei, drei. Dafür bräuchte ich das Bakterium. Dafür bräuchte ich Wasser und Algen. Okay. Schießen wir aber erstmal die Pflanzenrakete hoch. Und tschüss. Das brauchen wir jetzt nicht zum tausendsten Mal angucken. Mittlerweile weiß ich, wie das aussieht. Der hat mir sogar Sauerstoff gezogen. Das ist nicht schlecht. Ach, die will ich behalten. Mh... So. Ah. Das ist interessant. Das ist gar nicht mal schlecht. Das Ding könnte eventuell später mal ein wenig nützlicher werden. Jetzt noch nicht, aber später vielleicht. Das ist nicht schlecht. Jetzt fehlt mir Wasser, logisch.